Schauen Sie sich einmal dieses Wort an. Bach. Was fällt Ihnen dazu ein? Ein großer deutscher Komponist. Das wissen Sie natürlich. Wissen Sie aber auch, dass Bach Musik ist? B-A-C-H. Das ergibt B-A-C-H. La-la-la-la. Auf Deutsch heißen die Noten ja nicht Do-Re-Mi-Fa-So-La-Si-Do, wie in Frankreich und Italien, sondern C-D-E-F-G-A-H-C und B für das erniedrigte H. Die deutschen Komponisten können aus diesen Buchstaben Wörter komponieren. Johann Sebastian Bach hat das in aller Bescheidenheit ausgenutzt und in einigen seiner Werke das sogenannte Bach-Motiv benutzt. B-A-C-H. Robert Schumann schrieb ein Werk mit den Noten A-B-E-G-G. Nachname einer jungen Dame, Meta Abeg. Und Alban Berg versteckte in einem Werk seine Initialen A-B und die seiner geliebten Hanna Fuchs. H-F. Ein französischer Komponist hätte es bei dieser Art von Verewigung etwas schwerer, es sei denn, er heißt zum Beispiel Ré-Mi und seine geliebte Mi-Mi. Aber wieso sagt man Do-Re-Mi-Fa-So-La-Si-Do in Frankreich und C-D-E-F-G-A-H-C in Deutschland? Über Jahrtausende wurde Musik mündlich überliefert. Die Griechen besitzen wohl das erste Notationssystem, bei dem sie 24 Buchstaben benutzen. Doch das ist sehr theoretisch und kompliziert. Im Jahre 652 behauptet der Bischof Isidor von Sevilla sogar, man könne Musik gar nicht aufschreiben. Erst im 9. Jahrhundert tauchen dann die Neumen auf. Das sind Punkte, Kommas und Haken, die man direkt in den Text des Chorals schreibt und die anzeigen, bei welchem Wort die Melodie nach oben oder nach unten geht. Wenn man aber die Melodie nicht kennt, nützen einem die Neumen nichts. Das ändert sich im 11. Jahrhundert mit Guido von Arezzo, einem Benediktinermönch aus Pomposa. Um seinen Schülern Gesänge, also Intervalle, beizubringen, erfindet er eine Tonleiter aus sechs Noten, den Hexakkord, den er in ein Notensystem aus vier Linien setzt. Jetzt muss er die Noten benennen, denn Guido von Arezzo weiß, dass das musikalische Gedächtnis über Worte funktioniert. Ein Beispiel. Wenn ich Sie bitte, ein Intervall von vier Tönen zu singen, sagen Sie vermutlich, unmöglich. Wenn ich Sie aber bitte, mir einmal O Tannenbaum zu singen, können Sie es plötzlich. O Tannenbaum, O Tann, O Tann, das ist eine Quarte. Kinderleicht, oder? Um seine Noten zu benennen, nimmt Guido von Arezzo einen lateinischen Text, den Johanneshymnus. Hören Sie. Haben Sie bemerkt, wie die Verse anfangen? Und, Re, Mi, Fa, Sol, La und das Si, das später hinzugefügt wurde. Daher kommt die in den romanischen Ländern übliche Tonleiter. Später wird das Ud durch Do ersetzt, das lässt sich besser singen. Bei Guido von Arezzo heißt O Tannenbaum, deshalb nämlich Do, Fa, Fa, Fa. Das ist vor allem ein pädagogisches System, dessen Sinn darin besteht, die relative Position einer Note anzugeben und nicht ihre absolute Tonhöhe. Im Mittelalter wird diese Methode der Solmisation in ganz Europa angewandt. In Frankreich und den romanischen Ländern haben sich die Solmisationssilben so gut durchgesetzt, dass sie heutzutage auch die absolute Tonhöhe angeben, was gar nicht ihr ursprünglicher Sinn war. In Deutschland hingegen ist die Solmisation bald umstritten. Die Deutschen haben deshalb auch nicht Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do übernommen, um absolute Tonhöhen anzugeben, sondern benutzen das System, das schon die Römer und die Griechen kannten, nämlich die Buchstaben des Alphabets. In den deutschen Musikschulen singt man in der Regel daher nicht wie in Frankreich Lo, Fa, 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 Sol, La, 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 sondern einfach La, 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 denn die Buchstaben des Alphabets singen sich wirklich nicht gut. Versuchen Sie es. Nun, wenn die Franzosen schon nicht Bach in Musiknoten schreiben können, so können sie immerhin einen Ausdruck schreiben, den man manchmal an Häusern am Meer oder in den Bergen sieht, und zwar Do, Mi, Si, La, Do, Re, also Do, Mi, Si, La, Do, Re, was so viel heißt wie Trautesheim. Gesungen klingt das so. Do, Mi, Si, La, Do, Re. Do, Mi, Si, La, Do, Re. Bis zum nächsten Mal.